Ich habe von klein aus grosse Bohrmaschinen immer schon gerne gehabt. Ich habe es auch gerne draussen arbeiten können. Darum eigentlich das Richtige für mich wäre auf dem Bau. Ich bin der Kamm Ginkaya und bin im dritten Lehrjahr als Grundbauer. Schau rein und find heraus, ob du etwas zum Grundbauer hast. Informiert dich jetzt auf www.bauberufe.ch www.bauberufe.ch